Video 1 Überblick – Ihr erster Sound Bei dem erstmaligen Start von Sunvox sehen Sie folgendes. Das Sunvox-Interface ist in vier Hauptfenster aufgeteilt. Der obere Teil, am unteren Ende begrenzt durch das Tastenfeld, ist der Tracker. Durch das Tastenfeld können Noten hinzugefügt werden, die von den im Module-View-Fenster ausgewählten Instrumenten, in der Mitte des Bildes auf der rechten Seite, abgespielt werden sollen. Ich werde Ihnen später noch zeigen, wie Sie Noten in den Tracker einfügen können. Unterhalb des Tastenfeldes befindet sich eine vertikale Leiste, die die Playback-Befehle sowie auf der rechten Seite die Lautstärkeregler beinhaltet. Es ist außerdem möglich, die Größe der Fenster Tracker und Module-View anzupassen. In dem Module-View-Fenster wird der Ton erzeugt. Hier kann zwischen Instrumenten und Modules gewählt werden, die von dem Tracker ausgehen. Jedes Modul wird von einem Kasten repräsentiert, die von Linien miteinander verbunden werden können, und zeigen, in welche Richtung der Ton geht. Dies hier ist die Standardvorlage und ein wenig kompliziert. Wir werden in Kürze eine neue Sitzung starten und etwas Einfacheres machen. Links von der Modulansicht befindet sich die Modulregelungsfläche. In dieser Fläche werden auf der linken Seite alle Parameter eines jeweiligen ausgewählten Moduls angezeigt. Die Parameter können mit den Pfeilen verändert werden oder indem Sie die Schieber ziehen. Hiermit können Sie jedes einzelne Modul feinjustieren. Unten auf dem Bild befindet sich die Timeline. Hier können Sie Zeitbereiche hinzufügen und bearbeiten und Ihr Lied entwickeln. Lassen Sie uns die Größe des Timeline-Fensters anpassen, indem Sie diese vertikale Leiste bewegen. Nun können wir ein komplett neues Projekt wesentlich einfacher beginnen. Klicken Sie auf das Symbol in der oberen linken Ecke, wählen Sie New Project und dann Empty. Sie werden bemerken, dass nun im Module View nur das Output-Modul zu sehen ist. Sie können ein neues Modul erzeugen, indem Sie entweder doppelt auf Module View klicken oder auf dieses Menü. Lassen Sie uns unter Synth den ersten Eintrag Analog Generator auswählen. Da wird das ausgewählte Modul in der Modulansicht erscheinen lassen. Das Modul, das wir ausgewählt haben, ist aus technischer Sicht ein Oszillator. Die Aufgabe eines Oszillators ist, ein periodisch schwingendes Signal zu erzeugen. Dies kann eine Sinus-, Rechteck- oder jede beliebige andere Welle sein. Wir haben ein Modul geladen, aber es gibt immer noch keine Verbindung zum Output. Um sie miteinander zu verbinden, müssen Sie das Modul, welches das Signal erzeugt, halten und mit der anderen Hand das Output-Modul auswählen. Das wird die beiden Module über ein Kabel miteinander verbinden. Die kleine Animation entlang des Kabels zeigt uns die Richtung des Signals an. Bei Wiederholung des Vorgangs mit zwei schon verbundenen Modulen wird das Kabel wieder gelöscht. Eine weitere Möglichkeit, um Module miteinander zu verbinden, ist das zu steuernde Modul auszuwählen. Klicken Sie auf dieses Modul, um in den Patching-Modus zu gelangen. Sie werden feststellen, dass der Hintergrund grün wird und nun können Sie das Modul auswählen, welches das Signal erhalten soll. Mit Hilfe der Tastatur können Sie sich nun das Geräusch anhören, welches der von uns ausgeruchte Analog Generator erzeugt. Wenn Sie den Analog Generator auswählen, können Sie im Parameter-Panel den ersten Schieber nutzen, um die Lautstärke des Oszillators zu erhöhen. Oder den zweiten Schieber, um eine andere Wellenform des Oszillators auszuwählen. Nun sind wir bereit, um unseren ersten Patch, den wir in Sunvox erstellt haben, zu speichern. Klicken Sie auf das Symbol in der oberen linken Ecke und wählen Sie Save Project und dann drücken Sie auf OK. Das Projekt, das wir gerade gespeichert haben, wird der Ausgangspunkt für das nächste Tutorial sein. Vielen Dank! Vielen Dank.